Kannst du von Social Media leben? Das frage ich mich aktuell bei mir auch und die gute Juli Vo oder so hat ein Video dazu gemacht, das ist noch eine kleinere YouTuberin mit 1200 Abonnenten, die ein Q&A gemacht hat und zwar ob sie von Social Media leben kann. Ich habe das Ganze gesehen und habe mich gefragt, wie man mit 1000 Abonnenten davon leben kann. Ich will es wissen, damit ich es auch für mich übernehmen kann und so viel Geld verdiene. Wir schauen mal rein, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Aber wir werden alle Fragen, die sie in dem Q&A bekommen hat, auch selber beantworten. Also ich werde sie beantworten, dann könnt ihr auch noch mehr über mich lernen. Abo und Like da lassen, wäre super. Ansonsten auf Twitch vorbei schauen, let's go. Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Juli und wir machen heute ein Q&A. Ihr habt mir bei Instagram Fragen gestellt. Es wird... Ihre Qualität ist unfassbar gut. Alter, wie kann sie so scharf sein? What the fuck? Guck mal, meine Qualität ist okay so, ist ganz gut. Aber ich habe hier eine 1500 Euro neue Kamera. Was mache ich falsch? Warum sieht das nicht so aus? Real Talk. Glaube ich eine gemütliche... Okay, ich habe auch keine Kameraeinstellungen gemacht, muss man auch sagen. Zeit, also schnappt euch vielleicht einen Tee. Ich kann Backwaren, sehr empfehlen. Waffeln, Croissants, Kuchen. Dann gehen wir direkt rein. Bereust du etwas und wenn ja, was? Also viele Leute... Okay, ich beantworte mit... Aha! Habe ich was... bereue ich was? Boah, ich bereue übel viel. Boah, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Falsches Objektiv. Ich habe halt das Originalobjektiv noch drauf. Mit Insta-Filter gemacht. Boah, das kann sein. Hm. Irgendwas muss ich ja machen. Ich glaube, ich brauche mal so einen Kameraexperten, der mir das Ding da einstellt. Ich sollte mal so zum Technikladen von nebenan gehen. Wisst ihr, so diese mysteriösen Technikverleihs und Reparaturservice. So, da gehe ich mal hin. Kannst du mir die Kamera einstellen? Ähm. Aber... Was bereue ich? Warum hat sie so einen Friseurschrank hier stehen? Okay, ich höre auf. Was bereue ich? Ich muss sagen... Boah, schwierige Frage. Was bereue ich denn so richtig? Na gut, man macht halt immer... Man lernt halt aus seinen Fehlern auch so ein bisschen, ne? Von daher... Ja, aber ich bereue safe schon, so manche Leute verletzt zu haben oder so. Habe ich bestimmt schon mal gemacht. Ich bereue, mich in meiner letzten Datingphase nicht so gut verhalten zu haben und so. Aber so riesige Fehler habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Leute sagen ja immer so, dass sie nichts bereuen im Leben, weil alles irgendwie seinen Sinn hatte und so. Ich glaube, es gibt schon Dinge, die ich bereue. Beziehungsweise bin ich halt auch ein krass verkopfter Mensch. Wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, bereue ich die in der Regel schon 10 Minuten später, weil ich so denke, boah, ich glaube, das war jetzt nicht das Beste, was ich hätte machen können. Was ich so richtig dolle bereue, ist, glaube ich, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mich um die Meinung von anderen zu kümmern. Ich habe schon echt viele Chancen nicht genutzt oder Sachen nicht gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ankommt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz großer Quatsch. Ich bin auch... Ey, sorry, ganz kurz. Besorgt dir eine Festbrennweite mit einer 1.8er Blende oder 1.4er? Ey, falls jemand sich gut mit Kameras auskennt, kann mir jemand ein Objektiv nennen, was perfekt für meine Kamera geeignet ist, was ein gutes Bild hier für YouTube gibt? Ich habe eine Panasonic Lumix S5. Das wäre top. Ich bin immer noch nicht frei davon, es ist immer noch so, dass es mich sehr kümmert, was andere Leute denken, aber schon ganz anders, auf eine andere Art. Und ich lasse mich nicht mehr so... Boah, mich kümmert das gar nicht. Außer wenn so... Also, klar, wenn es so Freunde, Familie sagen, dann schon. Und wenn es halt so Leute sind, die mir irgendwie was bedeuten oder wenn es erfolgreiche Influencer sind. Abhalten davon. Erste Frage direkt irgendwie eine Minute gelabert, ne? Ja, ja, das wird hier... Was soll ich sagen, ich habe hier 10 Minuten gelabert über Kameras und Objektive. So was. Hast du eine Lieblingsfolge vom Lampigen Fieber? Lampen... Was, Bruder? Fieber, ganz kurz, guter Podcast, den ich zusammen mit einem, ähm, mit meinem Mitbewohner habe. Das Ding beim Pod... Ach so, ja. Kenn ich. Podcast ist, dass ich mich nicht wirklich an die Folge... Wenn du mich nett fragst, gebe ich an Masterfotografie weiter, was ist das? Ist das... Ist das... Hä? Erinnern kann. Wenn jemand so irgendein Insider vom Podcast sagt, dass ich so kurz bin, so... Hä? Deswegen habe ich auch, glaube ich, keine Lieblingsfolge. Ich habe das oft, wenn wir eine Folge aufnehmen, sich danach so... Warum hat jeder einen Podcast eigentlich? Warum habe ich keinen Podcast? Ich denke, Bordi hat jetzt besonders viel Spaß gemacht, aber ich kann mich da nicht explizit an irgendwas erinnern. Deswegen würde ich einfach sagen, jede Folge. Die nächste Frage ist, möchtest du mal Kinder haben? Ich finde, das ist... Mathilda, es wäre super, super nett, wenn du die Person fragen könntest. Danke. Das ist voll die spannende Frage, weil ich bis vor ein oder zwei... Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Möchtest du mal Kinder haben? Safe. Ich finde, das ist... Also, ich brauche mindestens einen Sohn. Ich werde nicht aufhören, Kinder zu zeugen, bis ich einen Sohn habe. So, jetzt habe ich es gesagt. Wenn es am Ende acht Töchter und Sohn wird, dann ist es so. Die Thronfolge muss weitergeben werden, okay? Ich muss mein Zepter an die nächste Generation weiterreichen. Eine Frage, weil ich bis vor ein oder zwei Jahren darauf immer mit einem... Die Blutslinie muss weitergeführt werden. ... ganz eindeutigen Ja geantwortet hätte. Ich auch so teilweise das Gefühl hatte, meine Bestimmung ist es, Mutter zu sein. Du bist so umgekehrt, richtig. Und das ist so mein Lebensziel und darauf will ich hinarbeiten. Seit wir angefangen haben mit Social Media... Wagi-Dagi oder Waggel-Daggel. Ich weiß nicht, ob das Is oder Els sind. Also, ich kann mal 30 Millimeter... Okay, speichere ich mir, danke. Ja, und ich mich dadurch sehr auf mich selbst konzentriere. Kann ich mir das aktuell halt nicht vorstellen, weil ich gerade so dabei bin, meinen Traum zu verfolgen. Und ich deswegen gerade so fixiert irgendwie darauf bin und dadurch auch so fixiert auf mich, dass ich mir das gerade einfach nicht vorstellen kann. Und ich natürlich weiß, dass das nicht für immer so bleibt und ich älter werde und die Dinge sich ändern. Aber ich kann mich da gerade einfach nicht so gut reinversetzen. Ich glaube, ich will auf jeden Fall Kinder, aber ich bin nicht mehr so darauf fixiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin schon ziemlich darauf fixiert. Also, vor 25 auf gar keinen Fall, zwischen 25 und 28 ungern, 28 bis 30, ja, ist in Ordnung, 30 bis 32, sehr gerne. So, das ist so mein Plan. Ich habe das genau ausgefertigt. Was wolltest du früher beruflich machen? Ich will Spätvater werden, kein Bock auf so 20er eigentlich. Ich habe schon mal, glaube ich, irgendwo anders beantwortet. Ich bin 21. Also, ich passe hier wirklich nicht auf. Was wolltest du früher beruflich werden? Ich wollte schon alles werden. Also, ich wollte lange Staatsanwalt werden. Ich wollte, ja, so Polizist, Feuerwehrmann will man immer als Kind werden. Basketballprofi wollte ich werden, Fußballprofi wollte ich werden. Tischtennisprofi wollte ich werden. Jetzt sitze ich hier vor 273 Leuten um 0.47 Uhr in der Nacht und labere irgendeine Scheiße zusammen. Beruflich machen. Ich habe das schon mal, glaube ich, irgendwo anders beantwortet. Ich wollte tatsächlich irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Nur habe ich das halt damals nicht so richtig so verstanden. Ich wollte halt einfach berühmt sein. Ich wollte einfach Influencerin werden. Ich wollte irgendwie raus auf die Bühne oder singen, tanzen. Ich wollte all solche Sachen machen. Als ich klein war, gab es halt dieses Influencer-Ding noch nicht. Ich habe letztens in meinem Freundebuch gelesen, dass ich da eine Lehrerin reingeschrieben habe. Lehrerin? Das Wort triggert mich innerlich extrem. Seit zwei Monaten. Das war ein Büger gewesen und dass ich das nie wirklich wollte, sondern dass das so ein... Man sagt halt einfach irgendwas und ich mochte meine Lehrerinnen sehr. Deswegen glaube ich, dass ich das reingeschrieben habe. Aber ich weiß, dass ich immer so angestrebt habe. Irgendwas in diese Richtung. Warum? Kann jemand das Video linken? Kein Bock, das zu erzählen gerade. Ich will von anderen gesehen werden. Sagen wir, ich habe... ...ne Abmahnung von der Lehrerin mal bekommen in letzter Zeit. ...mäßig machen wollte. Keine Ahnung, was das über mich aussagt. Analysiert das gerne und schreibt es in die Kommentare. Allgemein würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in den Kommentaren ein bisschen austauschen. Also ihr könnt super gerne die Fragen selber beantworten, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich werde dann die Tage, nachdem das Video hier rauskommt, in den Kommentaren campen und euch antworten ganz fleißig. Mein Lieblingsfach in der Schule lässt sich leicht... Was ist das für eine uninteressante Frage? Geschichte. Verantworten, es sei nämlich Kunst und Mathe. Ich mochte... Alter, ich weiß genau, in der Schule hätte ich sie unsupatsch gefunden. ...mathe unfassbar gerne. Ich verstehe... Ach, Gott sei Dank. Na, ich verstehe schon, wenn Leute Mathe nicht mögen. Aber Mathe hat so einen Rätselaspekt für mich gehabt. So eine Matheaufgabe ist wie ein gutes Rätsel. Ich hatte aber auch im Internat, also die letzten zwei Schuljahre, sehr viel Glück mit meiner Mathelehrerin. Ich mochte die sehr und die konnte das richtig gut erklären. Auf der Schule, auf der ich davor war, war Mathe für mich voll scheiße. Okay, hier auch eine ganz... Was ist dein Lieblings-Minecraft-Blog? Das ist das langweiligste Q&A, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber wir ziehen das knallhart durch, bis zu der Frage, ob sie von Social Media leben kann. Mein Lieblings-Minecraft-Blog? Kein auch ein Kohleblog oder so. Ganz wichtige Frage. Was ist dein Lieblings-Minecraft-Blog? Boah, Gänsehaut. Mein Lieblings-Minecraft-Blog? Und das ist jetzt vielleicht weird, aber aktuell ist es Sand. Ich finde, Sand ist ein sehr, sehr guter Block. Deine Familiensituation. In Knabbern hast du Geschwister, haben sich deine Eltern getrennt? Ja, die Frage ist gibbisch. Punkt, Punkt. Meine Eltern sind tatsächlich getrennt. Und zwar schon so lange, dass ich sie gar nicht zusammen kenne. Das heißt, die haben sich schon sehr früh getrennt. Ich habe zwei Halbschwestern und einen Stiefbruder. Aber grundsätzlich bin ich als Einzelkind groß geworden. Und das merkt man auch, wenn man viel Zeit mit mir verbringt. Dinge, die du an dir selbst besonders magst, in Klammern Aussehen und Charakter. Ich glaube, ich mag an mir, dass man mit... Ähm, also an meinem Charakter mag ich, dass ich halt wirklich ein ultra charmanter, gut situierter, netter Mensch bin. Mich lieben ja einfach alle. An meinen Äußerlichkeiten lieb ich einfach meine Muskeln, meine, einfach, weißt du, meine Männlichkeit, die sich auch durch meinen Körper nach außen zeigt. Das sind so Sachen, die ich einfach toll finde an mir selber. Ähm, mein Polohemd. Logisch, mit diesem Pullover drüber. Äh, was habe ich noch? Mein Humor. Unschlagbar. Also ich lieb eigentlich alles an mir. So wie alle anderen auch alles an mir lieben. Logisch. Und mir gut Zeit verbringen kann, wenn das Sinn macht. Also ich glaube, es ist ganz... Meine Tattoos, klar. Cool, so mit mir. Sag, sag ich gleich, du bist Narzisst. Hä? Was laberst du? Machen. Das kann lustig sein, aber man kann auch so voll Deep Talks führen. Und ich glaube, ich bin eine gute Gesellschaft. Ansonsten mag ich mittlerweile, dass ich sehr ehrlich bin. War ich aber nicht immer. Ich habe... Mal spannende Fragen. Was ist deine Lieblingsfoltermethode? Bro, ein ganzes Video von Daniel durchschauen. Steak lieber blutig oder lieber knusprig durchgebraten? Bro, mein veganes Steak mag ich am liebsten knusprig durchgebraten. Ähm, Waschmaschinen mit Pulver oder Flüssigreiniger? Beides immer. Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Gut, dass du uns da bereichert hast. Relativ viel gelogen, glaube ich. Vor allem in meiner Pubertät. Und bin ich ehrlich zu Leuten gewesen. Sie wirkt ein bisschen eingebildet. Weiß ich nicht. Sie wirkt ein bisschen so als... Also wirklich, sie wirkt so, als hätte sie so eine Million Abos und hätte so alles schon durchgespielt. Irgendwie so, weißt du? ...lesen und habe so Leuten einfach immer zugesprochen. An meinem Aussehen. Ich mag mittlerweile, dass ich sehr groß bin. Obwohl ich auch das richtig, richtig schlimm fand früher. So schlimm, dass ich so gegoogelt hatte, so, ob man sich irgendwie kleiner machen lassen kann. Sag ich einfach, Le Trembo reverse. Rativ. Aber nicht richtig froh, dass das nicht mehr der Fall ist. Und ich mag das mittlerweile ganz gerne. Das ist wirklich cool. Und ansonsten mag ich auch meine... Ähm, ich muss... Also jetzt mal Realtalk bei dem ganzen Spaß, ne? Also ich muss sagen, ich bin echt dankbar, dass ich so groß bin. Ähm, weil ich mag das einfach. Das ist irgendwie, das gehört zu mir. Ich mag das einfach, so groß zu sein. Das gefällt mir ehrlich. Also ich feiere das unnormal. Ähm, ich hätte gar keinen Bock, klein zu sein. Was nicht heißt, dass ich klein scheiße ist, aber, weißt du, ich kann es mir gar nicht vorstellen. So meine Lebensrealität ist halt, groß zu sein. Und ich kann es mir deswegen gar nicht vorstellen, klein zu sein. Und ich lebe gut so, weißt du? Aber für Frauen ist natürlich noch was anderes. Als Mann lebst du gut, wenn du groß bist. Als Frau lebst du... Ja, wirst du oft dann so irgendwie so, weißt du, von Männern deswegen ausgeschlossen und so. Ist halt kacke. Regale sind einfach zu erreichen. True. Meine Haare finde ich aktuell ganz cool. Ein Feature von meinem Körper, das ich so gerne mag. Und zwar wachsen meine Nägel und meine Haare richtig schnell. Okay. Das ist... Cool Story, bro. So cool. So wenn ich so meine Nägel... Es gibt eins, die macht es jetzt groß. Nein, above average bisschen. ...kürze. Dann sind die super schnell wieder sehr lang. Und die sind sehr dick und brechen nicht ab. Hm. Hm. Dankeschön. Hier wird eine marginalisierte Randgruppe der Hobbits unterdrückt. Genetik. Wo wolltest du schon immer mal hinreisen? Ich bin in meinem... Mein Traumreiseziel ist Athen. Und Rom. Ich will nach Athen und Rom. Nicht, weil Daniel das sagt, sondern einfach, weil ich da Bock drauf habe. Also, ähm... Ich finde das super interessant. Ich will generell so voll viele europäische Städte bereisen, europäische Sachen bereisen. Das finde ich, ähm... Finde ich, finde ich... Ich denke mir noch diskriminiert. Neapel. Da habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt. Ansonsten, ähm... Super gerne die ganze Welt. Also ich muss sagen, es zieht mich relativ wenig nach Afrika und auch relativ wenig nach Asien. Aber so Südamerika, Nordamerika, Mittelamerika, das sind schon Sachen, wo ich echt mal Bock drauf habe. Auch Afrika und Asien safe irgendwann, aber jetzt so nicht... Weißt du, das ist jetzt nicht so direkt vor mir. Ähm, aber jetzt nichts... Also ich meine, ich muss halt auch erst mal das Geld haben, ne? Und da... Wenn ich dann das Geld habe, dann... Tokio, ja, okay, das ist natürlich... Das muss safe cool sein. Aber dann halt erst mal so nähere Ziele wie Athen oder Rom, was man halt auch für weniger Geld erreichen kann. Ich habe im Leben noch nicht viel gereist. Ich habe ja, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren... Weiß gerade nicht. Diese Europa... Äh, diese Weltreise gemacht, in dem ich 735 Staaten besucht habe. Aber ich bin echt noch nicht so viel gereist. Ich habe eine Reise mit Marvin gemacht. Marvin ist mein Mitbewohner übrigens. Das war so das erste Mal, dass ich viele Länder gesehen habe, die ich vorher nicht kannte. Ich war auch bisher nur in Europa. Und deswegen würde ich halt richtig... Ich würde schon gerne mal nach Amerika. Auch wenn ich glaube, dass es overrated ist. Bro, siehst du das... Weißt du, siehst du in diesem englischen LK, diese Lisa, die so in die USA oder nach Kanada für so zwei Wochen fliegt, für so einen Austausch, keine Ahnung, einen Monat, wenn wir zurückkommen, dann so... Ähm, dann wird sie so irgendwas auf Deutsch gefragt und dann so... Yeah, ähm, you know, it was lovely. Oh, sorry, ich vergesse die ganze Zeit deutsche speaking. Oh, ähm, 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 Canada was so nice, ähm, the people, oh, I love them, yeah. Ähm, ähm, ich meine natürlich, weißt du, so eine... Saves ist so eine eigentlich. Und ich bin mir auch sicher, dass ich es nicht so krass finden werde, wenn ich da bin, weil das irgendwie jeder sagt. Und ich würde richtig, richtig gern nach England. Weil ich glaube, dass ich England cool finde. Keine Ahnung warum. Wie lange kennen Marvin und du euch schon? Ich kenne Marvin... Ja, bro, also das... Das gucke ich mir jetzt nicht an. Keine Ahnung, Corona kommt mir schon so richtig dolle lange hervor. Deswegen... Ich glaube, das zeigt es ganz gut auf. Klar, das ist so pretty. Was machst du am liebsten, wenn du frei hast? Äh, äh, äh... Hey, Lexi, Mord, danke für deinen Raids zu später Stunde. No, 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 no. Okay, bis zur Frage, ob sie mit tausend Abonnenten auf YouTube von Social Media leben kann. Was machst du am liebsten, wenn du frei hast? Ich hab nie frei. Also... Wenn ich... Wenn ich frei hab, dann mach ich halt irgendwie was für YouTube oder Twitch, ne? Also, oder wenn... Ja, okay, wenn ich mal mir wirklich Zeit nehme für mich, dann... Krieg ich halt irgendwie mein Gym oder... Spiel Basketball oder... Leg mich ins Bett und schlafe. Frei hast. Also spannende Fragen. Bitte, bitte, ich bin die, welche du letztens bei Vollrattext gehört hattest, wo du dachtest... Bitte, Lexi, ich muss dir direkt mal sagen, bitte. Also, wenn ich die Wurst in diesem Satz lese, da sträuben sich alle Nackenhaare bei mir in... In alle möglichen Koordinaten. Ähm... Oder das, dass ich ein Mann sei. Ups. Ich sage erst mal, weil seit wir selbstständig sind, hab ich nicht so oft das Gefühl, frei, frei, frei zu haben. Weil man so im Kopf die ganze Zeit bei Content, TikToks, Podcasts, was kann man da und da sagen, was kann man da und da machen ist. Und deswegen haben... True, though, was sie sagt. Also, relativ selten im Kopf frei, dass ich so abschalten kann. Ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich gezielt Sachen mache, die so dafür sorgen, dass ich den Kopf frei kriege. Dass ich nicht über irgendwas anderes nachdenke. Und das ist seit diesem Jahr viel... Und da können, glaube ich, nicht so viele Leute von euch relaten. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist viel Gaming. Da kann ich richtig abschalten und das genieße ich sehr. Nee, also ich war früher tatsächlich, falls ihr nicht wusstet, ich war ja vorher Gaming-Streamer. Drei Jahre lang extrem unerfolgreich. Also ich hab extrem viel Gaming. Ich hab so drei Jahre auf Twitch Gaming gestreamt mit so fünf bis dreißig Zuschauern. Kam nie drüber. Hab extrem viel Valorant gespielt, Fortnite, Minecraft, Warzone, League of Legends, irgendwie solche Spiele. Und tatsächlich hab ich dann irgendwann meinen Kanal, meinen Content grundlegend umgestellt. Weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich hatte keinen Bock mehr für Fortnite. Für Fortnite. Ich hatte keinen Bock mehr auf Zocken. Ich hatte keinen Bock mehr auf PC. Ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Games an sich. Ich hatte keinen Bock mehr, da alles zu machen. Deswegen hab ich dann komplett aufgehört eigentlich mit YouTube. Hab dann mit, ähm, mit, äh, dann irgendwie wieder angefangen. Hab's irgendwie mal alle ein, zwei Monate mal ein Video gemacht. War alles nicht so das Wahre. Und hab dann irgendwann den Schluss gefasst, Profibasketballer werden zu wollen. Ich erzähle meine halbe Lebensgeschichte. Ähm, hab mich dann extrem schwer verletzt. Und hab dann wieder angefangen mit Social Media, mit Meinungsblogs, weil ich halt Bock hatte. Und ja, jetzt sind wir hier. Äh, was war nochmal die Frage? Ähm, warum hab ich das erzählt? Achso, wegen Gaming. Und jetzt zocke ich gar nicht mehr. Jetzt zocke ich wirklich nicht mehr. Ich spiel ein bisschen Clash of Clans. Kommt in meinen Clash of Clans Clan. Wir brauchen neue aktive Leute. Ähm, aber ansonsten nichts mehr am PC. Also wirklich 0,0. Null. Ich krieg abschalten und das genieße ich sehr. Halt vor allem in den Wintermonaten. Ich glaub, das wird im Sommer wieder viel weniger. Ja, ich hab das Gefühl manchmal, ich bin im Sommer und im Winter so voll zwei verschiedene Personen. Im Winter bin ich so richtig dolle faul. Ich will eigentlich einfach nur rumliegen. Oder ich spiel halt irgendwie Minecraft oder Fortnite oder so. Cooles Leben. Im Sommer hatten Marvin und ich schon Phasen, in denen wir wirklich täglich in den Park gegangen sind und uns so voll ausgepowert haben. Und ganz viel Speedmitten gespielt haben und Fußball gespielt haben und so. Das, da kann ich mich gerade nicht sehen. Aber ja, ich glaube, das sind die beiden Sachen, die ich machen würde. Ein Foto aus deiner Galerie. Bro, wirklich, also no front. Ihre Community scheitzt ja zu feiern, so. Aber das ist unfassbar langweilige Fragen. Ich muss, glaub ich, auch mal. Chat, könnt ihr vielleicht mal ein Q&A selber machen? Könnt ihr mich mal irgendwas fragen, was spannend ist oder so? Ein Foto aus deiner Galerie. Ja, Bro, soll ich dir jetzt irgendwas aus meiner Galerie zeigen oder was? Wenn du irgendwo in deinem Leben zurückspulen könntest, keine Ahnung, als Bitcoins zwei Cent gekostet haben. Liebe Grüße zurück. Puh, auch eine ziemlich diepe Frage. Ich glaube, ich würde zurückspulen zu Momenten, in denen ich mir... ...indem ich einfach über die Liebe falsch gedacht habe. Sachen hab gefallen lassen quasi und würde mich... Nein, ich will jetzt auch nicht zu gemein sein, ne? Sie wirkt ja sympathisch. Sie wirkt wie so... Sie wirkt einfach wie so family-friendly Girl. Aber ich glaube so... Welche Farbe hat deine Box darschort und wie lange trägst du sie schon? Es wurde zwar nicht gefragt, aber es ist eine Lacoste unter... ...Hose, ne? Wollte ich noch mal gesagt haben. Sie ist schwarz. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann einfach mit Ausruhrzeichen Onlyfans. Ausruhrzeichen OF, dann kommt ihr da auf die Seite. Ähm... ...Abgehoben. Ponsen-Unterwuchse. Kannst du dein Bett machen? Mein Bett ist gemacht. Für mich ist das gemacht. So was wär's. Hast du eine Lieblingstee-Sorte? Find dich voll sympathisch. Herz... Da komm ich einmal in den Channel und redet er über seine Unterhose. Herz... Müssen-Vanille aus Gläsern oder Becher trinken. Trinkst du aus Gläsern oder Bechern? Bro, nicht zu ungut, ne? Haben ihre Zuschauer... Saßt ihr ihre Zuschauer da wirklich so... ...vorm Handy haben gedacht... Wie heißt die Nummer? Oh, Juli. Boah, boah. Alter, mich hat schon immer mal interessiert, ob Juli wirklich aus Gläsern oder aus Bechern trinkt. Oh, Junge. Gläser? Hallo? Oh, oder? Ich hab ja so einen Fake Stanley Cup. Und von dem bin ich auch ein großer Fan. Ich weiß nicht, ob man den gerade so gut sehen kann. Woraus trinkst du? Aus Flaschen, hä? Ich spül doch nicht die Gläser. Das ist mir viel zu anstrengend. Geht schon, ne? Der ist halt wie gesagt fake. Und... Wie ist das Stroh? ...den Hate gegen Stanley Cup wahrscheinlich ein bisschen länger. Nougatbits. Auf je... Bin ich sooo dolle. Team Cini Mini oder Nougatbits. Besser behandeln. Aber ich glaube, sowas wär's. Einsteh... Lieblingsteesorte. Boah, ich muss ja gucken, ob zufällig alle das gleiche Profilbild haben. Das tut er nicht. Achso, ich bin Team Nougatbits. Sooo dolle. Team Cini Mini oder Nougatbits. Nougatbits. Auf jeden Fall. Ich bin das Cini Mini, das war auch krass. Ich bin... Das ist so krass, wie sie da einfach so richtig ernst drüber redet. Als wären das jetzt wirklich Themen, die so essentiell sind für sie. Ich find's so geil. Gemeinsam von Mischi Cornflake. Alles geil. Mmh. Toll. Die Frage wurde tatsächlich ein paar Mal gestellt. Nämlich... Boah, eigentlich mal ein bisschen was Interessantes. Bist du gläubig? Ja, schon. Bist du gläubig? Ich glaube, ich kann die ganz leicht mit Nein beantworten. Ich bin aber getauft und konfirmiert. Und ich hab das... Und ich hab das... Alles klar. ...dass ich das quasi selbst entscheiden sollte und... ...Bezug dazu verloren. Und das macht dich stolz. Was macht dich stolz? Mmh... Weißt du, wenn die sich zum Beispiel Fehlverhalten haben zu anderen Teamkollegen, wenn ich da was zu sage und die dann einfach das verstehen, sich entschuldigen, ähm... Wenn ich sehe, dass die einfach irgendwie ein bisschen lernen, wenn die sich weiterentwickeln, wenn die gewinnen, so... Das macht mich ehrlich stolz. Das ist das, was mich richtig stolz macht. Ansonsten, wenn zum Beispiel mein Bruder irgendwas schafft, ähm... Ja, oder wenn ich irgendwie auch Erfolg habe, dann auch ein bisschen so, ja. Machen tatsächlich meine Freundschaften stolz? Ich hab, was Freundschaften angeht, eine ganz komische Love-Language, glaube ich. Ich hab... Echt? Ist ja interessant. Eine andere Love-Language? Boah, erzähl mir mal echt mehr. Wow. Freunde, zu denen ich so im Alltag gar keinen Kontakt habe und bei denen ich mich nicht wirklich melde, aber ich hab die alle so richtig dolle lieb. Oh, süß. Ich weiß, dass, wenn ich mich mit denen treffe, es sich so richtig doll nach zu Hause... Schlafgut im Teil jetzt. ...Rose anfühlt. Darauf bin ich wirklich stolz, dass die mir das nicht übel nehmen oder dass man nicht das Gefühl hat, man muss irgendwie sich so und so oft melden, ansonsten bricht die Freundschaft irgendwie ab oder so. Ich mag das, also... Ja, ich seh das genauso. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ich bin natürlich stolz drauf, dass ich mich getraut hab, anzufangen mit Social Media. Ja, das wird immer eine Sache sein, auf die ich stolz sein werde, weil... ...das was ist, was ich schon so lange machen wollte und mich nicht getraut hab und deswegen kann ich da stolz drauf sein, weil es für mich ein großes Ding war, damit anzufangen und mittlerweile ist es so voll... Okay, aber Real Talk jetzt mal bei all dem Spaß und ja, ich weiß, langweilig. Aber jetzt mal ein Real Real Rap. Ich bin ultra stolz, dass ich mich mit Social Media durchgezogen hab, über sieben Jahre inzwischen. Ich hab oft mein Content gewechselt, ja, ich hab oft gechanged, aber ich hab insgesamt durchgezogen. Meine größte Pause waren mal fünf Monate, indem ich kein Video hochgeladen hab. Aber ich hab durchgezogen, ja, durchgezogen, obwohl ich extrem, extrem gemobbt wurde in der Schule, unter anderem für meine Videos damals, für meine peinlichen, dummen Minecraft-Videos, weil ich einfach Spaß daran hatte. Dafür wurde ich extrem gemobbt. Meine Videos wurden auf Klassenfahrt im Bus mit verschiedenen Parallelklassen, mit einer großen Musikbox angemacht. Die wurden den Lehrern gezeigt. Den Lehrern wurde gesagt, die sollen im Unterricht das anmachen, damit alle gleichzeitig drüber lachen können. Die Jungs sind zu den Mädchen gegangen, haben denen die Videos gezeigt und so weiter, damit die mich auch noch auslachen können und so. Wenn ein neues Video kam, haben die sich drüber lustig gemacht, haben mich in der Schule gefragt, hey, können wir ein Foto machen und so halt, weißt du. Und noch viel schlimmere Sachen, das waren jetzt so die leichten Sachen. Und jeder, fast jeder hätte einfach gesagt, okay, dann hört ihr auf, dann ist es ja vorbei. Aber ich habe einfach durchgezogen. Ich habe von Anfang an bis Ende durchgezogen. Und darauf bin ich real talk, bisschen stolzer. Easy geworden und das enjoy ich sehr. Deine Jugend in drei Wörtern. Toxisch. Im Unsicher, also Unsicherheit. Ganz großes Thema. Holy shit, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich konnte eine Zeit lang nicht vor anderen Leuten essen. Ich habe mich nicht getraut. Das war doch mal die Frage. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich... Also Unsicherheit. Ganz großes Thema. Im Unsicher... ...mit anzufangen. Und mittlerweile ist... ...Jugend in drei Wörtern. Deine Wörter in... Deine Jugend in drei Wörtern. Was ist das für eine Scheißfrage? Warum soll ich das machen? Was bringt das? Hast du das Gefühl, dich positiv, negativ verändert zu haben, seit ihr in der Öffentlichkeit seid? Seid schreibt mal mit D. Seht ihr nicht? Ähm... ...positiv. Was... Wie würde dein perfektes berufliches 2024 aussehen? Extrem viel Spaß dabei. Also, dass ich Bock drauf habe. Dass ich den Spaß nicht verliere. Dass ich... Dass ich... Dass ich mich immer noch so extrem freue. Halt einfach... ...den Streamern zu machen. Dass ich Bock habe, Videos zu machen. Dass ich mich über eure Kommentare, über eure Chat-Nachrichten so extrem freue. Über Insta-DMs. Dass ich hoffentlich am Ende des Jahres davon leben kann. Aber es steht an zweiter Stelle. Erste Stelle ist safe. Immer noch Spaß. Ich hoffe, das bleibt auch immer so. Ähm... Ja. ...des Berufliches 2024 aussehen. Ich habe für 2024 wirklich... Fühltest du denn dein Chat auch in Ordnung, so wie er ist? Ja, safe. Jeder, der mir nicht passt, wird gebannt. Ich sehe sehr, sehr viel vor. Ich möchte mehr YouTube-Videos machen. Lass gerne ein Like unten ab. Äh, Schnubabri, gute Nacht. Wo hier da, hey. Ich würde auf jeden Fall, ähm... Ich will meinen TikTok wachsen lassen. Ich habe da jetzt angefangen, so ein bisschen anderen Content zu machen. Und es funktioniert ganz gut. ...Bars und das fände ich ganz cool. ...Bars und das fände ich mit Social Media verdienen, ob... Oh, endlich. ...dann wurde sehr, sehr oft gefragt, wie viel wir mit Social Media verdienen, ob wir davon leben können, wie sich das alles so enttickelt hat. Jetzt, bitte sag's mir. Beim Podcast? Ich schwöre, wenn sie jetzt sagt, über Geld redet man nicht, dann werfe ich mein Handy gegen die Wand, Alter. Cass, das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, sind so Werbespots, die vor und nach den Folgen laufen. Damit verdienen wir natürlich ein bisschen Geld. Und bei TikTok verdient man ja mittlerweile mit, ähm, Videos, die über eine Minute gehen, ein bisschen was. Aber bisher reicht es leider nicht, um davon irgendwie leben zu können. Deswegen, genau, sind wir nebenher noch am jobben und wir bleiben aber dran, Freunde. Alter, wenn das irgendwie so close ist, was haben die ja bitte für einen Podcast, Digga? Dass das so krass läuft. Wie viele Follower hat die? Auf TikTok? Die muss ja auf TikTok irgendwie 10.000... Ja, 6.000... Wow, 26.000 auf TikTok. Ah, let's go. Okay, TikTok läuft anscheinend ganz gut bei ihr. Nice. Twitch. Hallo, ich bin neu. Bist du cool? Der Nutella, wirklich das Wort cool, wurde damals den Duden aufgenommen, nur weil ich halt da bin, so ne? Okay, Twitch. Hm, okay. Ja, wird schon, ne? Ich hoffe, sie kann davon leben. Natürlich. Verdienen wir mit TikTok wirklich was? Du hast da so ein RPM von 30 Cent, glaube ich, ungefähr pro 1.000 Klicks. Schon ganz gut, ne? Wenn du da so 100.000 Klicks machst und du hast ein CPM von 30 Cent, dann verdienst du 30 Euro, oder? Oder bin ich dumm? Bleiben wir dran. Und vielleicht tut sich da ja dieses Jahr was, das wäre sehr, sehr cool. Dazu wurden auch einige Sachen gefragt zum Thema Umzug, weil wir das im Stream oft sagen, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr umziehen wollen. Und das wird auch passieren. Ich habe das manifestiert. Tatsächlich ist die Kamera gerade ausgegangen, weil sie zu heiß geworden ist. Okay, ja, ich kann übrigens auch nicht von Social Media leben, aber wird schon. Also es läuft natürlich immer besser. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Wenn es klappt, dann klappt es, ne? Also ich mache mir da jetzt nicht so ein großes Ding draus, oder versuche es zumindest. Weil, ja, ich habe ja noch, also es ist ja immer noch mein Nebending und nicht mein Hauptding. Und es soll auch nicht mein Hauptding werden. Ähm, deswegen. Aber ich freue mich natürlich, so, weißt du, ja, genau. Ähm, über jeden Support. Ja, was sagen wir zu dem Video? War halt ein bisschen langweilig so. Ich habe mir mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe es halt so, wahrscheinlich so ein, weißt du, so ein, haha, ich bin so ein nettes Mädchen und ich ecke mit nix an. Und ich bin, ähm, weißt du, so, ja. Aber es ist ja auch okay. So ist ja ihr Ding, es ist völlig fein. Ähm, sie sollt ihr Ding machen. Auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute für ihre Karriere. Äh, wir werden da auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr reinschauen. Aber war ganz, war ganz interessant. Doch mal, weißt du, dann konnte ich auch mal ein paar Fragen beantworten. Und, ja, lasst gerne ein Abo und Like da. Schaut bei ihr vorbei, falls ihr sie cool findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf Twitch vorbei. Zweite Link in der Beschreibung oder rein. Und, ciao.